Müllermilch-Chef nennt Alice Weidel eine Freundin. Theo Müller steht wegen seiner Kontakte zu AfD-Chefin Alice Weidel in der Kritik. Der Milchmilliardär kann die Aufregung darüber nicht verstehen und plaudert in einem Interview bei der Neuen Zürcher Zeitung ungeniert über die Treffen. Zitat, ja, Alice Weidel ist eine Freundin, wird der für Marken wie Müllermilch, Landliebe oder Weyenstephan bekannte Unternehmer zitiert. Er gesteht in dem Gespräch sinnbildlich, dass einige Akteure in der Partei auch mal über das Ziel hinausschießen. Trotzdem möchte er eines festhalten, Zitat, die AfD ist eine Partei, die bei der Willensbildung des Volkes mitwirkt. Und solange sie nicht verboten ist, befindet sie sich in einem legalen Zustand. Ein Verbot der Linkspartei fordert auch niemand. Hoffen wir, dass der Verfassungsschutz nicht zur Bekämpfung einer unliebsamen Opposition den Parteiverbot anstrebt.